Ich mag Züge Ja und damit Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wunderbar Mit Marvin und Julia Hey In der letzten Folge hat Julia gewonnen Hä? Und was denn? Ich hab grad dazwischen gelegt Auf die 7 nochmal eine 7 drauf und Julia ist auf einmal dran und hä? Ja du das ist ein bisschen zu hoch für deinen Horizont das wissen wir alle aber Ich wollte es auch grad sagen du Mahnversuch Ey keiner von euch hat ne rote Karte Keiner von euch hab ich eine? Sagt mal bitte hab ich eine Eine ja Es ist eine rote Karte bei insgesamt Oh warte mal ich muss legen Bei insgesamt vorher 26 Karten Imagine alter was ist das denn ey Jetzt sag nicht Imagine Dragon bitte Okay Ja den Scheiser Ja es geht ich mag die auch nicht Kann jemand bitte Richtungswechsel machen? Wäre ganz nett Ach Marvin weißt du was Ach Shorty Ach Livian Warum heißt der eigentlich in den anderen Sprachen anders Oh Das ist so dumm Orange finde ich gut Orange mag ich Ich hasse mich Oh Flippen wir mal Ich dachte du magst Orange nicht Hast du vorhin gesagt Du meinst ja als ne Feuer Nicht vorhin Ja ich muss sie eh ziehen Oh Vielleicht muss ich auch nicht ziehen Wer weiß Okay oder ich muss zwei ziehen Mach mal Livian ich hätte meine Antwort ich ins voralleg wenn du Wenigstens hab ich jetzt mal rote Karten ey Das ist nett Das ist nett Das ist nicht nett Das ist nett Das ist nett Das ist nett Das ist nett Oh okay Oh damit kann man ab Oh ja sagt schon wieder gar nichts ey Yeah Ähm Was für Yeah Ist grad nervig Yeah Yeah Voll lustig dieses Yeah Ja Ja Sie anhört wieder Uno Mann der auch so voller Elan Uno sagt Yeah Also halt die Uno Frau in dem Fall Der die Uno Frau eingestellt Ne ich hab den Mann eingestellt Ne der hat sich Der hört sich zu nervig an UNO Man fick dich doch Marvin Du blöde Maus mit deinem angeknabberten Ohr alter Du hässliche Hast du überhaupt ne angeknabberten Ohr alter Die Tollmute oder Oh Ja Sie sind schaum nicht Oh man schau mal Oh ich kann legen Mensch Endlich kann ich auch noch nehmen Ne Alter Nur 8 Komm noch ne 8 Ah schade Ne gelbe 8 hätte jetzt Ach ne ne gelbe 8 ist sie da Oh ne Julia mach wat Julia mach wat Shorty mach wat Sascha mach wat Ok Mein Gott ey Schaut ihr bist ne Arschloch Oh Er hat kein Rot Scheiße Er braucht Blau waren wir schon klein Er braucht Blau Julia er braucht Blau Mach Gelb oder so Ich hab auch nur Blaues Scheißegal was du machst Ach nein Ne ich muss ziehen Ich hätte legen können aber ich muss ziehen Dann mach ich einfach den hier Der hätte neu gehabt Dann hätte ich ausgerastet Das kann es doch nicht sein Er braucht immer noch blau Er braucht blau 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 Er braucht blau Er braucht blau Oh shit Ey quackface Ey quackface Was ist schon Ey quackface Was ist jetzt schon unbelebt du Arschloch Geh doch einfach wieder raus quaken Geh dich um deine Enten kümmern Die brauchen deine Brauchen nicht Alter alle Uno 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 und ich sitz hier und zieh Joach Komm wir machen wenigstens du Oh nein Bitte nicht quackface Bitte nicht quackface Bitte nicht quackface Nein Der kommt dritte und kriegt Punkte Der kommt dritte und kriegt Punkte Wie er sich aufschrägt ey Ja ich fühl zu hart ungerecht das wär so als Stell mal vor Ne jetzt hab ich kein Beispiel Moment Ja stell dir mal vor Jetzt hab ich ein richtig gutes Beispiel Damals in unserer Berufsschule Hatten wir ein Projekt zu dritt als Dreiergruppe halt Wir mussten halt ein Lager aufbauen Und hatten halt ein Thema Kannst du jetzt mal legen du hässliche Ente Danke hässliches Ente Und wir hatten halt ähm Wir hatten halt eine ganze Tabelle mit Artikeln bekommen Lebensmittel und so weiter Die wir halt entsprechend einlagern sollen Nach Höhe nach Temperatur Wo was passt und so Und ich Also unser Team Weil ich das gesagt hab War der einzige der gesagt hat Ähm den Wein Der muss in die Kühle So Kein anderes Team hat das gemacht Und wir haben eine schlechtere Note bekommen Als alle anderen Obwohl wir an alles gedacht haben Ich hab das sogar noch extra Du weißt ja wie ausführlich ich Was erkläre Julia Du kennst mich ja Ja Ich hab alles ganz genau erklärt Ich war der der gesprochen hat Wieso geht das nicht? Das ist doch eine 6 Ach das ist eine 9 Ja jetzt hab ich es auch gesehen Ähm Ich hab alles ganz genau erklärt Sogar noch gesagt Warum der Wein da rein muss Und warum der Wein da nicht rein muss Und so weiter und so fort Ja ne 2 plus Ja die anderen Die haben halt nur so Ja das kommt halt dahin Das kommt dahin Das kommt dahin Das kommt dahin Ich hab da eins bekommen Ich hab mich so ungerecht behandelt gefühlt Und genau so Ist diese hässliche Quietscheente da So ein richtiger Ich glaube Sascha arbeitet seine Traumas aus der Vergangenheit Gerade durch UNO auf Nein aber ich find's was einfach unfair wenn man sich wirklich Mühe gibt Und die wird sich angerechnet Und andere die sich Ey ne Ich hab keine Lust mehr Ich hab keine Lust Aua mein Fuß Mein Control ist mein Fuß Jetzt bleib doch mal eins entspannt Beruh' dich Der macht uns grad fertig Der macht grad den Nuke Der macht grad den Nuke Der macht den Ace Alter der macht Der macht wohl Team Wilder Ja am besten Marvel ehrlich Was denn Ey Marvin lass mich doch auch mal liegen weißt du Alter Marvin Du bist so Anders Ich will die Kotten loswerden Ja wir wollen dich loswerden Mann Hast du das grad wirklich gesagt? Hast du das grad wirklich gesagt Julia? Man putzt dir die Ohren Ja Oh je Nein 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 ich glaube konnte nicht sicher oder war ja hätte dazwischen legen können also noch mal eine fluss und brauche ganz lange dauert ich mag dich aber wenn jetzt quarkface gewinnt mit 14 karten das kann wirklich gesagt nein wer hat es sonst gesagt verdomme das stirb hast du das wirklich gesagt guck zur türe rein hallo ist hier jemand oder stirb das könnte doch 1 zu 1 dien sein naja egal der wollte nicht sagen stirb der wird sagen ich bricht ja die weine das heißt mahlzeit ich habe doch jetzt gehen ich habe nicht verrichtet braucht was auf der muss ziehen der arme ich wollte mich auch erst marvin ärgern auch mal ich hatte so quarkface was soll denn bitte wir bleiben drüben was soll denn bitte dankeschön marvin danke für die neuen bitte gibt es eigentlich auch skippo alte karten och mann ey was soll denn das glaub nicht gibt es kein skippo schade ne weil es ein uno abklatsch ist skippo ist doch kein uno abklatsch ist doof ach ne äh ja hast recht skippo ist ja was anderes fragst du das denn immer ob ich doof was das wissen wir da hier das andere hier wie heißt dos das ist ein uno ja ja dos ja das ist ja nein skippo ist einzigartig skippo ist auch cool ich damit zicke ey marvin ganz ehrlich ey ich schwör dir das ist ein medis das ist nichts für die aufnahme doch jetzt hab ich kann man das spiel umdrehen bitte ich dreh gleich dein hals um alter ja danke danke Moment mal warum danke der karten musste ziehen Ich hab den Plus 5 reingeknallt! Nein doch nicht! Scheiße, ich hab die Plus 5 doch noch quackiger Oh! Gott sei Dank Aber er hat keinen Team Vibe gemacht, Lull Er hat keinen Team Vibe gemacht Wow Er hat keinen Team Vibe gemacht, wir sind aus guter Graus Oh scheiße Ich hab das richtig für Karten, Alter Oh, eigentlich für gute Karten Also ich hab die gute Karte Dankeschön Erstmal die Ubongo-Trommel Und noch mal Dann müsste die Animation nur einmal ertragen Habe ich mir so gedacht Noch eine 7 in der ja so Da war doch ein guter Zug Ja, aber find ja auch gut, find ich gut Weißt du, Juna kriegt's ab, find ich gut Ich muss sagen Ja, du weißt du, Juna kriegt's ab Tut mir leid, Marvin Übersiehen So, damit er da nicht denkt, er wäre alleine Bitte nicht Juna, du bist so eine blöde Frotz, ey Oh, Lull Hast du dich Los, Mama, los, Mama Ich komm, ich rette dich Oha Das fand ich schlecht, du hast richtig getrickst Da dachte ich so Ha ha ha, ich hab meine Plus 5 Bambuselt Warte Ja, Gerd Bambuselt Ja, Gerd Bambuselt Ja Ah, gute Laune in der Zauna Achso, ne, wir sind ja nicht Egal Och, komm, jetzt gehen hier wieder die Verkehrszeichen durch, ey Rechts drum parken, bitte Dings rum Jawoyen I hate my life So bad Danke, Marvin Danke, dass ich teilhaben durfte an diese wunderschöne Farbe Ich freue mich wirklich darüber Aber wenn du jetzt gewinnen, ne, dann reiß ich deinen fetten Arsch auf, ey Fetten Arsch ist das Problem Ich hab ein Schwein gehabt Ja, Julia kann Ja, ich hab's gesehen Na, Marvin ist doch hier in der Lobby, also Ich hab Schwein gehabt, und zwar Marvin Zieh Weg, mein ich Der setzt erst mal aus Er auch Gut, dass du eine Plus 5 weggeballert hast Hat er eine Plus 1? Ja Nein, gar nicht Finde ich stark, finde ich stark Vielleicht Toni ist da Ne, jetzt heißt es verkackt So grad sagen, ja, das ist nur nicht Schluss, jetzt Ich hab' ich die Farbe nicht Mach mich nicht fällig, hier bitte Danke Oh Gott, ey Ich mach grad die Farbe sagen, die ich nicht habe, ey Ja Ich bin hier auf dem Fersen Mh 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 Ach, keine Ahnung Ach, keine Ahnung Warum ich? Ja, weil du grad gewechselt hast, du Bob, alter Warum ich? Und? Versteh' ich ja gar nicht Der hat doch Yelp, warum legst'n du Yelp? Oh, hat er nicht Scheiße Ich hab grad überlegt, ob ich Uno sagen muss oder nicht So, dann leg mal irgendwas anderes So, dann leg mal irgendwas anderes Warte Ach, danke Perfekt Ja, klingt ja mal gerne, doch Schade Wäre geil, wenn ich jetzt gelb gehabt hätte, oder? Das wäre wirklich, dass wir dieses andere rauskriegst, ey Oh nein Oh nein Sie hat kein Blau Ich muss trotzdem ziehen, Scheiße Sie hat trotzdem Oh, sie hat kein Oh, sie hat kein Grün Sie hat kein Grün Sie hat aber Rot Aben Die ist so ein Stück Scheiße Ganz ehrlich, dich kann man nur runterspülen, ey Wie kann man nur so doof sein? Das kann nicht je Okay, wir sind zuerst wie folgende und haben es eine Runde Hau drin, bis zur nächsten Folge und tschüss Diese Musik, ey